gibst du uns was auch nö das ist im wasser so wie es aussieht ich scheißegal weil es hier auch wieder nichts gibt da sind die jetzt ganz anders gemacht sind ganz anders gemacht viel schlechter wie viel schlechter was bräuchte nicht aber die braun bell aber und auf das ist auch wieder blöd jetzt sind wir wieder beim canyon mag kein canyon ach man so ein mist so ein mistiger mist das hilft mir alles nicht ok noch wie weit denn dass sie auch noch alles erfreut man sich dass man mal wieder ein größeres sand biome findet und dann ist es hauptsächlich kenien immer noch immer noch wird sich da hinten noch nicht ändern das kann ich euch gleich sagen mal wieder eine geisterstadt oder was johann wir und jeden bett das weiß ich ja gar nicht ich schlafe monstern ja auch hab's dazu geschafft so die ganzen geister die glösschen ruhe weil du plasma brauchen wir nicht in den dingern hat sich auch einfach nichts geändert auch ok wieso sind da jetzt überall nur canyon schmarrn hier wirst du ja die ist auch mini und ich sehe hier keine brunnen ich weiß nicht was die mit brunnen meinen und ich weiß nicht mehr wo uns das spiel abgestürzt ist weil da war ja einer hier war ich aber schon ne 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 so inde ne ne Ach ne, da hat man mal wieder was freundliches. Wüsten-Zombies. Junge, du hast keinen Boden bei dir drin. Okay, das ist auch wieder so ein kleines Dungeon-Ding, ne? So eine kleine Stadt einfach. Oha. Was ist er denn, Alter? Hui. Jobboost. Geschwindigkeit und Jobboost. Wieso kriege ich ihn denn wieder von euch, Alter? Okay, weil das wieder Skelette sind, da. Okay. Ich dachte mir, hey, cool, was ist das denn? Aber das ist auch wieder nur Schmarrn. Auch wieder nur Schmarrn, der mich nicht interessiert. Canyon, Canyon, Canyon. Ich kann nicht mehr. Okay, Canyon, Canyon. Canyon interessiert mich nicht. Hier ist er auch noch bei Canyon. Diebene. Canyon. Canyon. Mhm. 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 Nö. 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 Warte mal, was wir hier haben. Oh, wir haben Wüste. Cool. Nö. Nö. Nö, der kam ich wieder nicht. Ah, nee. Was ist das? Oh, wir haben eine Thing mal wieder. Ah, natürlich cool. wenn ich bei der wieder nicht weiß was hier geht das war ja das gar nichts wir haben hier nochmal so eine stadt wieder oben auch oder bin ich ja zwei geister städte dass das geht es halt immer noch weiter da oben rum rein tritt ich auch jetzt nichts gesehen noch mal ein geister städte überall die großen geister städte aber nix der desert reino da hinten ist ein brunnen da hinten ist auch eine mod das muss es leh oder wie die scheiße auch heißt ey wir haben hier einen brunnen in der Nähe von der Wüste ist zwar nicht ganz in der Wüste aber come on close in at the es ist auf jeden fall im brunnen mach doch keinen fucks mit mir spawn doch einfach kollegen tust für uns aber ich schau mal darüber jetzt hallo ich komme im frieden aber trotzdem ihre sache ein großer ist gestorben mhm 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 btbthe ue oxhorn brauchen wir nicht das ist nämlich btb ah geschnittener kupferblock aha aha hier haben wir alles ja hi das kürzt panik bekommen wir haben doch eigentlich gar nichts interessantes für mich nicht mochte ich mich aber es ist auch gar nicht getroffen ich wollte mal probieren und man schießt kann ich weiß immer noch nicht was ihr könnt was ihr gut sei was überhaupt da seid das haben wir auch wieder hier ist ja auch noch wüste und wenn du mir jetzt der fliegst muss ich leider etwas tun was ich bereue vielleicht wohl auch nicht erst mich er ist so schnell hey man ich bin so sad ich bin so sad man das regt mich alles so auf bin ich mein brunnen und dann ist es nicht das was ich suche oder wie oder wo oder was oder habe einfach kein glück was passiert hier warum ist in der wüste ganze wasser eingefroren fragen über fragen kommt die ach so neiges was neues ich weiß nicht was ich getan habe ich habe alle gecallt keiner kommt genau so ein volk ist es nämlich genauso ein volk ok da haben wir jetzt kein glück gehabt was ist hier hinten ist auch noch mal canyon natürlich cool ist cool sogar das ist canyon obwohl das flache ist als die wüste und dann haben wir noch wildzwiebeln hier perfekt bitte canyon canyon granien canyon 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 nein aber da ist so ein brunnen da ist ein teil ja leute wir hatten eigentlich egal jetzt wie und warum aber weiß nicht ich sehe gar nichts dass man jetzt dahinter laufen jetzt brennst du das und du die älter war mir geht es mir aber nicht vielleicht war es dabei macht schaden dass ich einfach selbst gekillt okay tot ist tot weg ist weg also irgendwas spezielles rino letter ja wir haben amt 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 canyon war es nicht ding aber ist mir so egal alter und das ist ein alter ich habe mich schon wieder erschrocken aber ich glaube ich weiß mittlerweile wie die dinge funktionieren druckplatte in der mitte irgendwas sondern die kiste der redstone kisten so ist es halt hier einfach dieser brunnen war es direkt daneben stand einer in canyon bio naja egal hauptsache erledigt das heißt wir können abreisen das war auch endlich mal ja so groß ist es auch nicht wieder ein größeres bio online ich sag's euch so so wo kommt das jetzt alles hin leder kommt ein das kommt da rein ich da kommt da rein ich da kommt da rein das dies aber hier doch was leid auch wieder ein paar sehr gut richtig richtig schwimmen dies haben wir war jetzt natürlich schon noch da oben da habe ich ja sowieso ich habe sogar schon ein umsonst dann wieso ich habe noch ein paar sachen aber die lasse ich jetzt mal da drin ja lass ich lass ich sowieso auch das handbook ich mal da mit rein wir verzaubern jetzt endlich die spitzhacke genug überfall ja weiß ich nicht was ich davon halten soll von einem überfall sind die oh mein gott es gibt wirklich überfälle hier das ist belastend das ist mehr als nur belastend die nehmen einfach mein schiff ich habe ein böses schiff gebaut wem wirst du verarschen ja aber so können wir meinen chef hier rein Ich dachte, es passiert dir nichts Ach, wir sind sicher auf der Insel Leute, geht in die Hütten, Leute Wo? Die kommen aus meinem Hotel raus Äh, raus? Nicht wirklich Sind eher drin Ich glaube, ich spinne, Alter Hä? Auf meinem Dach seid ihr? Das war belastend, weil es gibt noch mehr Wellen, ne? Ey, wir brauchen unbedingt mehr Leute jetzt hier Unbedingt mehr Leute Wo? 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 Oh Gott, da unten Wo denn? In meinem Keller? Ernsthaftes? Ernsthaft, ey Ne, hä? Ach, auf meinem Dach Geil, Alter Die Spawnerte sind aber gut Bisher Muss ich sagen Was ist er denn? Captain Pirat Ich weiß nicht, wer ihr seid Jetzt gehört mir bitte auf In meinem Haus In meinem Haus zu sein Mit verbleibenden Räubern Ist da ernsthaft Das Ding auch gemeint Und ich möchte das gerne haben Aber ich glaube, man kann es nicht zähmen Es hört nicht auf Es geht nach Haus Dingel, Radongel, Radongel Komm, die da einfach aus dem Schiffel Und aus meinem Hotel Aus meinem Haus Seid ihr? Oh, no Das ist ein bisschen offen Das mag ich nicht Aber Okay, hey gewonnen aber auch gar keiner mit sind ja ist mit seinen ok das könnte aber stressig das sollte nicht so häufig passieren hält das dorf ist zwei habe ich es unendlich lang ist wäre natürlich cool weil das ist dann wieder extra ansehen das war jetzt witzig ich dachte ich wäre mir sicher aber das glaube es stand nie dort und dass ein überfall passiert ich habe zwar oftmals das horn gehört aber dann stand nichts da ist mal das horn und das was da gestanden hat so ihr habt gesagt bekommen dass der wieder weg soll ich ein bisschen schade ich fand den da jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht mehr so störend ja aber dann kommt der weg ist okay für mich da weiß ich noch nicht wollen weil ich einfach gar keine bock habe 800 blöcke abzubauen das reicht es wird nicht reichen das sind mehr als 800 ein paar ja 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 ja